Thorsten das spiel heißt clash of clans und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren folge des gleichnamigen und ja vielen lieben dank leute ihr seht das im titel oder im thumbnail randnotizen also es gibt immer es gibt immer noch ein paar sachen die mache ich auch so ein bisschen so nebenbei oder oder mal sehen was daraus wird und ich muss heute einfach mal noch mal ein bisschen zwei sachen bewerben ist einfach so weil ich versprochen habe b weil es mir auch so ein bisschen nur es ist mir ein bisschen wichtig obwohl ich liegen gar nicht mal so wichtig finde jetzt jetzt für mich das liegt aber nicht daran dass ich ja kein bock drauf hätte oder so sondern es liegt einfach so ein bisschen das ist bei mir ein zeitmanagement problem und deswegen kann ich bei solchen vielen oder bei tollen sachen oftmals vielleicht nicht so aktiv teilnehmen aber vielleicht kann ich ja doch ein bisschen was dazu beitragen dass etwas eine ganz runde sache wird und sind wir erst mal beim ersten thema würde ich sagen ihr seht ich bin auf dem schief und vielen dank zwei stunden hat es gedauert da war der clan voll ja ich weiß er ist nicht voll ich weiß er ist nicht voll leute ihr braucht mir das auch nicht mehr in die kommentare schreiben und ihr braucht auch nicht schreiben mach mal die nachtdorf pokale runter ich weiß ich habe nur die nachtdorf pokale einfach nach oben gepackt in der annahme es gibt kein rathaus neuner da draußen der 4200 pokale im nachtdorf hat das ist nämlich das maximale deswegen brauchte ich den clan erst mal nicht auf geschlossen stellen aber ich habe es editiert also aus dem only rat aus neuen klankrieg hier wird hoffentlich etwas ein 40er ck wir sind im moment 42 weil hier unten die beiden placeholder so will ich sie mal benennen noch hier mit drin sind ein 50er wollte ich jetzt nicht spielen dann hätte ich die beiden fragen müssen ob sie aus dem clan gehen ich hätte irgendwo leader sein müssen das wollte ich mir einfach nicht antun natürlich bekommt derjenige sein clan hier wieder zurück gar kein thema aber ich denke mal 40 ist in ordnung wir holen uns sicherlich den einen oder anderen spendenaccount das haben sich schon bei mir im discord auch schon welche gemeldet die es machen also echt mal coole sache hier und wenn die 40 hier durchhalten noch bis dienstag dienstag wollte ich nämlich anfangen zu suchen ich denke mal das wird auch gar nicht mal so spät ich habe so ein bisschen das gefühl die suche wird ein bisschen dauern und wir werden einfach ein bisschen länger dafür brauchen aber alle übrigens die sich nicht damit angemeldet haben eintritt mit rathaus neuen klankrieg die habe ich jetzt nadellos irgendwann mal abgelehnt habe ich es im video gesagt habe ich noch mal drunter geschrieben als notiz oder als angepinnter kommentar und es steht auch noch mal in der beschreibung drin und viele haben ja hier so moinsen und finger und toto du bist mein tollster held und so weiter ist egal ich habe dann auch gedacht naja gut ach ich weiß dass alle wollen und der eine hat dann geschrieben ich lese das jetzt erst und so aber leute was soll ich machen ja wir machen das noch öfter bleibt locker ich habe gesehen ihr seid noch auf einem guten weg max rathaus neuner zu werden und wir werden vielleicht den einen oder anderen klank krieg hier mehr spielen also das ja erstmal dazu gesagt damit habe ich schon mal eine ecke jetzt abgearbeitet gehen wir mal in die nächste ecke die nächste ecke ist allerdings nicht hier im dorf sondern immerhin rathaus 10 da drauf da wechsle ich eben mal hin und so was habe ich eben gesagt rathaus 10 das ist natürlich was denn rathaus 12 ich bin auch von rathaus 12 und will natürlich so ein bisschen update vorbereitung treffen und ich weiß nicht wie ihr die trefft also jetzt die so 11 12 sind es gibt ja was für 11 es gibt was für zwölfer natürlich gibt es auch für die kleineren rathausstufen ein paar neuerungen beziehungsweise ein oder was das update sind wert ist viele beschweren sich immer ist da gar nichts für mich dabei doch ich glaube es ist immer für jeden etwas dabei und sei es die geteilten bases die ja kommen was ich ja nach wie vor als echt geiles feature finde ich gehe aber mal jetzt hier kurz mal in den klank krieg rein dann kann ich mich so ein bisschen auf das nächste thema konzentrieren was dann nämlich heißt klank krieg hat der gegner macht schon ein bisschen was okay okay 20 das war der letzte dessen zehner hier dass ich schon mal ein sternchen holt auch witness hat doch hat doch schon drei kassiert aber ich glaube ich glaube es ist schon der zweite angriff auf ihn kann das sein kann das sein witness witness an die einer auch einer 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 okay dann hat er aber woanders schon okay er hat mit dem anderen account dann schon kassiert alles klar ich habe mir schon wieder eine base ausgeguckt wird auch nur ein stern kassiert leute schade 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 die habe ich letztes mal ich zeige den angriff mal ruhig mit hox gemacht ich glaube die habe ich im live stream auch gezeigt wie ich sie auch nicht ganz geschafft haben weil ich ein baby nicht gepackt habe aber egal ja das update kommt und ich werde mich auch so ein bisschen darauf vorbereiten also ich werde vielleicht noch ein bisschen meine meine lager voll machen ich kann euch nicht sagen wann es kommt die folge hier kommt ja heute für euch ultra früh also nicht mittags um zwölf sondern ich habe sie ja mal ein bisschen eher raus gehauen weil vielleicht ist um zwölf das update schon da und dann ist dieses video natürlich schon wieder uralte spricht ja keiner mehr von und deswegen habe ich gedacht machst du mal haus das mal ein bisschen eher aus für die leute auch wir haben was live wenn es bei uns ist dann ah nee es ist kann ich ruhig zeigen kommt leute wir gucken was meine gegner dann ist das natürlich schon wieder geschichte und schnee von gestern und deswegen habe ich gedacht haus das mal ein bisschen eher aus für für deine leute vielleicht hatte eine ja noch schulfrei oder hat eine pause oder so und guckt schon mal ein video ist ja auch ganz schick also ich versuche noch so ein bisschen meine lager zu maxen bzw voll zu machen ich versuche möglichst viel noch im pass zu spielen aber ich glaube ich bin schon ich bin schon bei dem bei der bauarbeiter geschichte da dass das alles ein bisschen günstiger und schneller geht denn ich habe ja auch ein bisschen was zu tun minenwerfer helden werden hoch gehen ich bin echt mal gespannt und wie das wird aber ich denke mal jeder ist immer gespannt und ich hoffe das super sell dieses mal hoffe ich ein termin wählt den sie dann auch wirklich einhalten können ohne noch xx nachbesserungen zu bringen auch das finde ich ja nicht schlimm habe ich auch schon mal gesagt ich finde das nicht schlimm wenn hersteller von software oder von spielen noch etwas nachbessern muss lieber sie bessern sofort nach und sagen leute ist noch ein kleiner fehler drin haben wir übersehen als dass sie dann mit sich rumdruckst und sagen ja mal gucken und das finde ich finde ich nämlich auch nicht so gut und deswegen sind mir lieber diese kleinen wartungs pausen dann wesentlich lieber dass die kleinen mini box noch mal rauskommen als dass man sich erst mal noch ein tag mit diesem box rum schlägt und die überlegen sind man kann man eine wartung einbauen und so weiter also ich bin wirklich mal gespannt auf das update aber der abt hat hier schon mal zwei stände denke ich mal hatte verteidigt die zwei sterne hat er verteidigt also drei stände verteidigt bei im radhaus höher bereich muss man ganz sagen drei stände verteidigt wir waren ja bei diesem jahr hier rödel ich jetzt auch mal weiter ich mache das mal eben einmal auf vierfach dann kann ich mir einfach mal sehen wo wir waren hier denn so schlecht war der angriff gar nicht vom speicher auf die nummer 9 ich hatte mir die schon markiert und der speicher hat sich dann hier aber weiter gemacht an den halb ist ein bisschen zu langsam speicher dann schon mal ein bisschen weiter gemacht und ihr könnt in jedem fall euer können beweisen also das update war jetzt eben die zweite ecke aber ihr könnt euch in jedem fall beweisen wenn ihr möchtet als clan oder auch als einzelspieler ich habe es am samstag schon mal im stream so ein bisschen beworben bei der gml open also wer ein bisschen mal mit anderen spielern zusammenspielen möchte wo wirklich relativ faires matchmaking da ist das heißt also ich bin zehn und du bekommst fast gleich gleich altrigen 10 so wie ich es mal sagen also vom level her von den helden her und wollte auch noch ein bisschen liga betrieb mal kennenlernen dann ist die gml open hier in deutschland sicherlich die richtige wahl für euch und schnuppert einfach mal rein bei mir über den discord ist die kontaktperson ich nenne sie es einfach mal mama zockt denn die post ist ab und zu mal den link zur gml aber ich denke mal wenn man so ein bisschen clash of clans spielt und hat auch discord dann kommt man an diesem kanal auch nicht wirklich rum rum ich bin ja auch in ganz ganz vielen discords vor allem was die deutsche szene angeht und auch die internationale szene angeht und deswegen tummel ich mich da auch immer mal ich glaube ich habe sogar ich glaube ich habe sogar mal was geschrieben aber meistens bin ich doch stiller zuhörer stiller zuleser und schnappe auch immer ein paar infos auf es gibt immer wieder interessante themen dort aber selber als spieler habe ich ja zu anfang schon gesagt ist das ist für mich sehr sehr schwer vom zeitmanagement her zu machen ich bin halt ich bin halt nach wie vor so ein bisschen der casual spieler ich bin der caster ich bin der broadcaster und das ist mir glaube ich ein bisschen lieber als dass das das ganze hier rundherum so ein bisschen zu kurz kommt nicht und ich da ein bisschen zu verbissen in dieses spiel sehe ich sehe das spiel schon verbissen genug aber ich glaube ihr wisst was ich meine und denn irgendwo irgendwo muss ich dann auch abstriche machen was das game hier angeht denn ihr wisst ich habe familie ich habe kinder und ich habe auch einen job das kommt noch dazu jetzt kommen die urlaubszeiträume da sind wir noch noch mal ein bisschen eingeschränkter und da ich in einer international firma arbeite wird die arbeit nicht weniger wenn einer fehlt sondern eher mehr also was man so ein bisschen aufarbeiten muss aber okay das wird hier nichts mehr aber wir haben noch mal gekreuzte schwerter und die haben wir noch mal auf unserer seite okay der glatti ne der smr der widmissei okay das sind alle von uns das ist super kann ich mal so am stück hier mal wieder so ein bisschen aufnehmen und damit also noch mal die gml beworben eine ecke abgearbeitet ich weiß gar nicht wo ich das jetzt gemacht hatte im thumbnail eine ecke abgearbeitet und also schaut ruhig mal rein 17 6 sind dort die anmeldungen abgeschlossen also wenn ihr interesse habt am einzelspieler also ihr seiten einzeln spiele habe vielleicht kein clan wollte aber trotzdem so ein bisschen liga betrieb schnüffeln dann schaut mal bei mir in den discord rein und über meinen discord oder halt über den discord des der gml werdet ihr fündig ich glaube auch die sind auch so ein bisschen vernetzt über twitter und facebook ich weiß nicht genau aber twitter haben die loben account ansonsten werdet ihr über die twitter accounts von clash of clans de da immer wieder auch auf den laufenden gehalten und informiert ich glaube das ist eine ganz coole sache leider nichts für mich aber wir haben auch im kanal ein bisschen darüber gesprochen haben die nächste sache die ich eigentlich bewerben will ja das ist jetzt die letzte ecke tatsächlich ist ein sogenannter global clash cup ist ein sogenannter global clash up und da muss ich mir allerdings gerade noch mal die infos zu suchen wartet mal da habe ich schon informationen also ein globaler clash cup mit brauche ich glaube es sind mittlerweile 17 nationen dort gemeldet mit allen drum und dran nur noch keinen clans nämlich da gehen die anmeldung erst am 24 los und dauern dann knapp einen monat aber es stehen schon mal ganz ganz viele streamer fest also die dort die events sicherlich festhalten werden ich habe heute abend mal ins reglement reingeschaut breakdown ist dort 10 10 10 10 12 10 11 und 10 10 ganz ganz einfach gehalten will ich mal so sagen und ich glaube das wird auch ein cooles event der discord und auch der channel also der channel mit dem offiziellen trailer sind in der beschreibung bei mir verlinkt da könnt ihr gerne mal reinschauen deswegen gibt es auch in den vier ecken ein richtiges icon nämlich von den gml open die habe ich jetzt nicht gefragt ob ich das nehmen darf aber vom global klatscht ab habe ich glaube ich in irgendeiner ecke auch das offizielle icon mit drin beziehungsweise das logo und wenn ihr auf die webseite kommt beziehungsweise auf den youtube kanal da könnt ihr den offiziellen trailer sehen und wir sehen hier drei sterne halb geiler scheiß vom juli wieder mann 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 alter falter nicht schlecht der kollege heißt übrigens cesari hat auch einen eigenen youtube kanal mit noch nicht ganz so viele abonnenten aber das ist glaube ich nicht so schlimm es ist ein sehr ehrgeiziges projekt und viele deutsche youtuber streamer machen dort auch mit okay da hat er nur zwei stelle geholt passt aber also mal nicht mal wieder eine defensive von uns sondern eine def im unterbereich aber sowieso schon schon gut geht durch gedefft hier die hat jetzt ja eben gemacht ich glaube wir haben auf unserer seite auch noch gar nicht so viele angriffe gemacht der martin hat sich hier durch 80 prozent gequält mal gucken und aber wo bin ich stehen geblieben der cesare ist das cesare cesare heißt er glaube ich ja der cesare also wie gesagt einmal der discord ist unten verlinkt da könnt ihr rein join könnt euch auch vor allen dingen wenn ihr interessiert zeit als clan oder auch als ich glaube einzelspieler weiß ich nicht ob das da noch eine spielersuche gibt dann schaut da mal rein dort gibt es das regelwerk als google dokument nachzulesen es ist noch nicht ganz alles fertig also es sind schon mal so die die tage da die daten da das ganze fängt am 13 september an und endet am ersten dezember ist es auch mit bedacht worden dass wir dazwischen auch liga haben und so weiter und ich bin wirklich mal gespannt was das ein bisschen auf uns zukommt im moment es gab dort einen ganzen rattenschwanz von kanälen die sind jetzt alle wieder weg die kann man sich dann alle über die rollenfunktion freischalten lassen und ich glaube das wird eine ganz interessante sache also ihr werdet dort wenn ihr dort in diesen discord rein joint richtig richtig viele streamer namen sehen also nicht nur national sondern auch international und das muss das finde ich wirklich 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 schick alle kommen auch dem nach wo wir aufgefordert wurden ich meine das ist jetzt eine freiwillige geschichte also mehr oder weniger ehrenamtlich und aber dennoch haben sich ganz ganz viele gemeldet also aus unserem bereich glaube ich aus dem deutschsprachigen bereich ist es aus der schweiz der henki der noobs der itzu und meine wenigkeit also wie vier als streamer sowohl youtube als auch auf twitch allerdings ist so ist nur twitch henki ist auch noch twitch nur so nicht haben noch die güte dass wir das ganze auf youtube machen können aber je nachdem mal sehen was auf den zukunft das weiß ich auch noch nicht genau ich bleibe da auch ein bisschen am ball aber wie gesagt wenn ihr euch schon mal ein bisschen schlau gucken wollt der teaser ist sehr sehr schön muss ich sagen also schöne werbung überhaupt für diesen diesen cup und wer mal ins reglement reinschaut in das in das dokument wird sicherlich fündig okay es ist alles englischsprachig aber ich denke mal das ist gutes für mich verständliches englisch und aber es ist noch nicht ganz alles fertig dauert sicherlich auch im betrieb wird sicherlich noch ein bisschen was geändert changelog ändert sich fast täglich und also noch nicht noch mal echt eine coole sache der global clash up also wie gesagt schaut unten in die beschreibung rein und unterstützt den kanal ruhig schaut und schaut euch gerne den trailer an dort werdet ihr auch die ganzen streamer namen sehen die daran teilnehmen die das ganze projekt auch so ein bisschen unterstützen und naja vielleicht sehen wir uns im stream keine ahnung ist sicherlich für mich deutschsprachig aber einfach mal beworben dass auch mal auch so am rande also wir haben die vier ecken in jedem fall ist abgearbeitet der martin hat sich auch abgearbeitet ich meine mit 80 prozent ist nicht schlecht die base hier eigentlich müsste ich genauso machen wie ich das letztes mal gemacht habe ich weiß nicht ob im live stream mit dabei gewesen seid ich muss mal eben schauen ich glaube ich habe die auf zwei sterne gemacht wenn man es noch mal sehen kann ja kann man kann man noch mal sehen hier ist die gleiche base ja seht ihr ist genau die gleiche base und eigentlich war es nur der bb3 der mich daran er gehindert hat hier meinen zweiten 3er zu fahren in diesem ck ein hatte ich schon vorher gemacht und ich habe hier gedacht das ist ja auch so ähnlich wie box fünf mal box also fünf boxen hier und dann kann es hier ruhig über ecke reingehen queen ist ziel vielleicht noch der adler und den resten müssen einfach meine hockeys machen punkt klar muss ich allerdings bekommen und da hatte ich ein ganz ganz klitzekleines problem muss ich sagen sehen wir jetzt hier meine karre geht noch ganz gut rein ich habe extrem lange mit den helden gewartet dass hier unten der sammler noch weg ging in jedem fall queen mittig rein king mittig das waren erstmal meine ersten ziele hier auf der base war schon angriff deswegen wusste ich so in etwa wo die tesla stehen und wo so ein bisschen fallen sind der kollege hatte ganz ganz viele luftfallen deswegen war war das eigentlich habe ich gedacht komm toto 30 hocks deine lieblinge hier in der mitte der pecker oder die pecker dame so muss man es ja sagen kurz mal ein bisschen die kleinen truppen da weggegiftet einmal war das ein freeze von mir oder war das mein ich glaube das war mein mein eis golem der damit durchgefreeßt hat glaube ich das war ein freeze von mir und jetzt geht das hier mit den hoggies durch aber ihr seht schon hier ist mein problem da war mein problem ja da war mein problem der kleine drache hier grisu nein es ist natürlich nicht grisu aber es ist trotzdem böser drache den habe ich noch mal weggefrostet dass meine hocks ihm vielleicht so ein bisschen davon reiten keine chance ich habe jetzt auch keinen zweiten gift mehr ist auch ein bisschen doof man muss vielleicht doch ein bisschen umplanen dann kommt auch noch der dicke da mit seinem gladiatoren helm auch noch mit dazu aber alles nicht so schlimm habe ich gedacht naja du hast schon 56 prozent beziehungsweise schon mal einen zweiten stern ist schon mal nicht schlecht vielleicht reiten die auch allen davon weiß man nicht meine queen ist nämlich jetzt da oben glaube ich erst gestorben aber ich denke mal mit einem king und dem baby drachen keine chance keine chance aber ich kann mir vorstellen dass die base die ich jetzt machen will es ist ja die gleiche noch mal genauso geht ich müsste mal schauen der hatte ich jetzt dreimal multi infernos ich muss mal gucken die base die ich jetzt machen würde in diesem ck ob die auch multis hat oder ob die single infernos hat aber sehen mal sehen wie wir da vorgehen können aus single viel viel besser single multi multi könnte man sich jetzt eine andere ecke übernehmen überlegen die weg gehen soll aber ich glaube die ecke der queen entgegen wir müssen der queen entgegen kommen mache ich ihr werdet das sehen ich hoffe die folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen mit so ein paar rand informationen also hier geht es dem update entgegen im tag und im nachtdorf sei mal dahingestellt wem es denn gefällt ich glaube mir gefällt mir gefällt mir gefallen updates zu anfang nie so wirklich aber je mehr ich mich da so ein bisschen ein arbeite desto weiter ich mich einlese desto tiefer ich darüber nachdenke desto mehr verständnis habe ich auch dafür nicht ob das sommer update wird hier eine coole sache ich weiß nicht ob es heute kommt also für euch ist heute ja montag für mich ist im moment noch sonntag also ich hoffe dass es in dieser woche kommt will ich mal so sagen viele sagen ja season ende viele sagen ja es kommt in dieser woche die sind rum und mit in der saison könnt ihr es auch ruhig raushauen warum auch nicht ich meine viele haben die lager voll viele haben viel angespart ich werde sicherlich meine pötter auch noch voll machen ihr hoffentlich auch wir sehen uns euer toto clasht ein 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 ein